Ich mache Hitzfeuerwerk auf den See. Und zwar genau hier hin. Gibt es da für nicht irgendeinen Trigger oder sowas? Keine Ahnung. Nein, ich mache es hier. Kann ich mir denn jetzt hier so ein bisschen so... Wie? Ist ja eklig. Hallo, ich bin zufrieden bei 1&1. 1&1. Ich hätte eine Display-Ablaufsteuerung gefunden. Ich glaube, die ist dafür da. Mach, 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 stell die mal irgendwo hin. So, und jetzt gehst du mal aus dem Menü raus, kriegst die an. Siehste mal. Und jetzt kannst du nämlich Feuerwerke hinzufügen. Dafür musst du aber erstmal Feuerwerk bauen. Aber wir bauen das jetzt... Also, warte, wir bauen die... Also erstmal... Wir haben ja hier zweimal Feuerwerk. Achso. Ja, dann stell die Auslöse-Dingens daneben. Dann brennst du den Leuten die Füße weg. Ja! Dann sagst du Auslöse-Sequenz erstellen. Und jetzt drückst du mal auf die Leertaste oder drückst du unten auf Pause, damit alles mal stehen bleibt und nicht mehr so rumruckelt. So, und jetzt sagst du hinzufügen. Und jetzt Objekte mit Gruppe verbinden. Und jetzt klickst du drauf. Jetzt sagst du bestätigen. Jetzt sagst du oben Play. Ah, jetzt sagst du Leertaste. Voll schön. Suchst du nochmal auf Play? Voll schön nicht. Egal. Oh, ist das Depot. So, und jetzt kannst du sagen... Ich hab da noch eins. Und so, da. Ständig. Oh, mal auf Auslösen. Ja. Achso. Achso, okay. Ja, das ist jetzt... Wo haben wir's denn? Ich weiß nicht. Was war das denn für eine Scheiße? Wir beide sitzen da so... Nichts passiert. Beine warten auf den Knall. Ja! Jetzt hier. Das ist, wie sie uns richtig geil ausgesehen haben. Ha 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 ha! Ich kann zaubern! Fertig sind. Wafin's, piet's. Wafin's, piet's. Wafin's... Whoa! So, jetzt ist er wieder richtig. Was wird das für Spielchen, ihr müsst ja nicht alles sehen, ne? Kennst du noch deine Worte, wo du deinen Computer sauber gemacht hast? Ich bin geil. Geilster Computer der Welt. Ich würd gern hier. Wolltest du jetzt nicht Feuerwehr gewahren sehen? Ja, ja, hier. Aber ich muss das ja erstmal da... Warum da? Bau es doch vor dem... Da? Vor dem... Flugzeugträger. Da? Nee. Da? Ja, das ist... Das nennt man davor. Da? Aber da muss ich mir ja auch erstmal hier so Land bauen. Oder soll ich das auf den Flugzeugträger bauen? Hä? Oh nein, ich hab was vergessen. Alles vorher nochmal auf Position, Klappe bitte. Hab ich das tatsächlich... Warte mal. Daran kann ich mich nicht daran erinnern. Ich auch nicht. Ähm... Pferdeschwanzfeuerwerk groß. Perle... Perle... Perle groß... Perle... Perle groß... Oh ja, ich hab mir böse dabei selber wehgetan. Da kann ich mich nicht daran erinnern. Woran sieht man, dass es im Winter war? Ich glaube, da lag Schnee. Teuer die Musik... Oh, guck mal, ne Katze. Hat niemand, den ich gerade gemacht hab. Was hast du gemacht? Nix gemacht. So. Das kommt da, wo du wieder zusammenbaust. Warum guck ich mir das jetzt eigentlich an? Hallo. Tja. Oh Gott, das schmeckt nicht so. Oh. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh'm I gotcha. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, okay. Gott, bin ich bescheuert, Alter. So. Mal kommt wieder Bausimulator. Ab nächsten Donnerstag. Weil Mittwoch nehm ich mit Ansgar wieder auf. Kennst du den Transrapid? Natürlich. Deutsche Ingenieurskunst. Warum baust du das auf den... Weil ich's jetzt drauf gebaut hab. Ich hab zumindest schon mal alles drauf. Ich wollt mal gucken. Ich wusste nicht, wo ich sonst hinbauen soll. Zündest du eigentlich alles gleichzeitig? Nein. Ich zünde immer drei zeitgleich. Ich mach also bitte auf Nacht. Du weißt, dass wir jetzt 120 Sekunden warten. Also zwei Minuten. Ja. Ich weiß, dass ich... Ich weiß, dass das 120 Sekunden... Das heißt, du zündest auf Play und dann wachtest du erst mal zwei Minuten. Ja. Ich hatte das vor. Wie wär's denn mit null? Das soll aber zeitversetzt sein. Ja, aber das erste zündet direkt. Nein. Doch. Lass mich. So, und jetzt machst du die drei... Oder 40, oder was? Ich würde jetzt 15 oder 16 Sekunden sagen. 20. So. Du wolltest Nacht haben, ne? Boah, das ist eine böse Antwort. Was? Wann kommt die Folge 1000? Nach der 99. Folge? So, und jetzt machst du das Häkchen daneben an. Ja. Und dann zoomst du mal ganz weit raus. Und dann drückst du mal ganz fett auf Play. Weißt du, was ich gut kann? Verkacken. Dinge nicht mehr auswählen können. Mal her. Pssst. Du bist gleich nach Hause. Was? Warum machst du es auf dem Dreck kaputt? Ich will nach Hause. Soweit ich das sehe, gehört das Ding dazu. Weißt du, was ich meine? Ich hab keine Lust mehr. Ich will nicht mehr. Ich will jetzt endlich da was gucken. Du musst noch bis morgen warten. Oh ja, Videotafeln gibt's auch. Oh, da muss ich jetzt gleich noch was ausprobieren. Äh, Displaysteuerung. Bei Auslösung. Das ist die andere. Nee, das ist die andere. Das ist die andere. Das ist die andere. Okay. Warum hast du das getan? Was? Ja, warum hast du das da drauf gebaut? Ich weiß nicht, wie man jetzt da drankommt. Moment. So. Abspielen. Alter. Oh, es regnet. Ich hab das... Oh, oh. Es regnet. Ich höre nichts vom Regen. Es regnet aber. Hup, falsch rum. Wann hat's jetzt beide schon? Nein, jetzt. Das ist die zweite erste. So, jetzt will ich was ausprobieren. Jetzt warst du dran. Wah! Das ist nicht von mir. Das ist ein Meter langes Haar. Das ist nicht von mir. So. Jetzt kitzelt das mich in der Nase. Ja, Pech. Nein! Ich hab gesagt nein. Jetzt ist ich aber... Was? Ich weiß nicht. Nee. Ich sitze daneben. Oh no. Kannst du ihn jetzt mal bitte? Nee, den Müll muss ich nicht. Doch, okay. Nee. Nee. Nein! Was ist das denn eigentlich für noch Scheiße? Ein Meter. Zwei Meter. Vier Meter. Zwölf Meter. Videotafel. Vier Meter. Ich brauch mal was. Acht Meter. Komm, gib mir mal was. Zweiunddreißig Meter. Unbeleuchtet. Was willst du denn? Was ausprobieren? Ei! Die hatte ich eben übrigens auch ausgewählt. Alter, wie fett ist das denn? Zweiunddreißig Meter Tafel. Wo willst du die hinstellen? Nein, jetzt hast du mir grad eben auch nicht gesagt. Und was soll drauf laufen? Bild, Film. Film. Videos von Nutzern. Wie tut man da Videos rein? Wipp, dem? Wipp, dem? Wipp, dem? Wepp, dem? Was?! Schrei nicht so ins Mikro, das tut dem Ohr weh. Das ist schon awesome, oder? Oh Gott. Ähm. Chief Beef. Äh. Hallo. Das kann man doch garantiert hier. Warte mal. Planet Co... Nein, nicht installieren! Alter, ist hier irgendwie langweilig. Ähm. Kann es sein, dass es das ist? I can't do it. Ähm. Na, Omsi wollte reinpacken. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Scheiße, da läuft die Planet Co... ...und dann nachher noch Omsi. Ja, super. Als Kino wäre das doch voll geil. Ähm. 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 Musst du das dann schon kennzeichnen mit, äh, Eigenwerbung? An meinem eigenen Park? Nein, im Video. Nö. Warum? Eigenwerbung muss ich nicht. Ich garante Ja. Ich bin Video mit Ihnen da. Es geht aus. especial warning.